Absperrung, Gitter, Betonpoller, hochbewaffnete Polizisten und Panzer. Willkommen zu Weihnachten im militärischen Sperrgebiet. Ich habe es schon mal gesagt und ich werde es sicher noch mal sagen. Importiere die dritte Welt, dann wirst du die dritte Welt. So einfach ist es. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie es wohl wäre, einen Weihnachtsmarkt im Kriegsgebiet zu eröffnen, dann kannst du das jetzt mitten in Berlin hautnah erleben. Da Grenzen nicht geschützt werden, müssen jetzt Innenstädte geschützt werden. Das heißt, Linke und Grüne sind eigentlich gegen Mauern, aber haben jetzt durch ihre offenen Grenzen dafür gesorgt, dass jetzt Innenstädte zugemauert werden. Gute Arbeit! Und das Problem ist jetzt, dass du natürlich nur Gefahren abwehren kannst, die du bereits kennst. Also man hat jetzt hier gar nicht so einen Betonpoller, weil man natürlich verhindern will, dass wieder jemand mit einem LKW in die Menge rast. Okay, aber was wäre denn zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand ein Sprengstoffgürtel umbindet und sich dann einfach in die Menge stellt und sich dann in die Luft sprengt? So, was machst du dagegen? Also genau genommen müsstest du eigentlich jeden einzelnen Besucher bis auf die Haut runter abtasten, um das zu verhindern. Also wenn du es geil findest, vor dem Besuch auf einem Weihnachtsmarkt nochmal schön von Fremden bekrapscht zu werden, dann könnte dein Wunsch bald in Erfüllung gehen. Weil weißt du was? Linke und Grüne und Liberaler Lars, die sind nämlich voll gegen den Polizeistaat, aber deren offene Grenzen haben dafür gesorgt, dass der Polizeistaat immer weiter wächst. Genial! Eine Sache ist sicher, hier mangelt es eindeutig an Kultur- und Integrationskursen. Und denk dran, wenn sich jemand neben dir in die Luft sprengen sollte, immer schön eine Armlänge Abstand halten. Oder 100. So erklärt sich vielleicht, dass die Absperrungen auch ein bisschen wirken wie eine Werbeausstellung von Sicherheitstechnik. Made in Germany steht auf jedem Poller. Die 100 Sand- und Steingefüllten Drahtkörbe rund um den Platz tragen den Werbespruch des britischen Herstellers, der auch Grenzen und Militärkämpf schützt. Stop everything! Wenn du nach Polen oder Ungarn schaust, wo deutlich weniger bis praktisch gar keine Migranten aus dem Mittleren Osten aufgenommen wurden, dann wirst du sehen, dass die dort noch Weihnachtsmärkte haben, ohne diese in riesige Festungen umzuwandeln, weil diese Länder halt noch einigermaßen sicher sind. Aber nicht Deutschland. Danke Merkel! In Bochum sollen nicht nur Wassersäcke die Zufahrten zur Innenstadt versperren. Die Stadt setzt zusätzlich Sperren ein, die sich von Fahrzeugen nicht durchbrechen lassen. Die Barrieren stammen aus Israel und ähnelten Gattern, die sich beim Aufprall verformen und einen Angriff aufhalten, so die Stadt. Aus Israel sagst du, das ist ja schon eigentlich sehr interessant, weil Israel ist ein Land, das den UN-Migrationspakt abgelehnt hat, mit der Begründung, wir sind entschlossen, unsere Grenzen gegen illegale Einwanderer zu schützen. Das haben wir getan und das werden wir auch weiterhin tun. Und Israel hat ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht mit radikalen Islam und Terrorangriffen und das heißt, wir können von denen eigentlich noch gut was lernen, weil durch die Massenimmigration ist ja jetzt Deutschland auch praktisch Teil des Mittleren Ostens. Also in dem Sinne, schöne Weihnachten und willkommen im Kriegsgebiet! một galaxies in 甚麼 in manufacturing Das war's für heute.